Legen wir jetzt los? Wir legen los. Ich glaub wohl. Oder? Ich glaub, das ist zu niedrig, oder? Lass mal rein. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Heute gibt es ein Aufgebrauchsvideo. Wenn ihr also wissen wollt, was ich im letzten Monat aufgebraucht habe, dann bleibt doch einfach dran. Ich befinde mich gerade auf dem Campingplatz in Holland. Da gönnen wir uns ein paar Tage Urlaub. Die Ruhe vor dem großen Sturm, vor dem großen Umzug. Und der findet in ein paar Wochen statt. In zwei Wochen, circa. Zehn Tage, circa. Und da wollten wir uns einfach mal so ein bisschen Ruhe gönnen. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich aufgebraucht habe. Ich hab den Müll tatsächlich mitgenommen. Und ich hab mir gedacht, du könnt die Landschaft hier als Hintergrund wunderbar nutzen für ein Video. Und deswegen legen wir jetzt einfach los. So, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Badezusätzen, die ich aufgebraucht habe. Wir haben ja bald keine Badewanne mehr und ich bin vielleicht nicht am Aufbrauchen. Was in meiner Sammlung, Aufgebrauchssammlung nie fehlt, das sind immer die Dresdner Essenz-Badesalze. Ganz besonders Tag am Meer. Das sind meine Lieblings-Badesalze. Und die riechen einfach wunderwunderbar. Bei denen hier färbt sich das Badewasser blau und man hat wirklich das Gefühl, man badet im Meer. Und sie riechen einfach sehr schön. Kann man das beschreiben? Es riecht einfach sehr gut. Man muss einfach daran geschnuppert haben. Und hier gibt es ja auch eine Möglichkeit, daran zu schnuppern. Geht immer in den BM oder in Rossmann, schnuppert ran. Denn die sind aktuell noch erhältlich, werden über Winter allerdings aus dem Sortiment genommen. Und wer das noch haben möchte, sollte sich einen Vorrat anlegen. Und als nächstes habe ich dann noch auch perfekter Moment von Dresdner Essenz. Auch wunderwunderbar. Eines meiner Lieblings-Badesalze. Was ich mir zu Testzwecken geholt habe. Es gefällt mir zwar sehr gut, aber hat mich jetzt nicht so überzeugt wie die anderen beiden. Riecht aber auch wirklich wunderwunderbar. Ich kann die Düfte einfach nicht beschreiben. Blumig. Es riecht sehr gut. Und das ist zum Beispiel einfach mal weg. Auch sehr schön. Genau. Gehen wir mal weiter zu Dusche. Und zwar habe ich hier von Alverde Naturkosmetik Pflegedusche Bio Olive Bio Aloe Vera. Die Pflegeduschen von Alverde finden wir alle sehr gut. Da gibt es auch eine Family Dusche, Shampoo, Pflegedusche. Und wenn möglich kaufe ich sie mir immer wieder nach. Das ist ein sehr pflanzlicher Duft. Riecht wirklich sehr gut. Nach Aloe Vera Olive riecht man jetzt nicht so stark raus. In mir die Aloe Vera und ja, also kaufe ich mir immer wieder nach. Und das kaufe ich mir auch immer wieder nach. Das ist eines meiner Lieblingsduschkehle. Und zwar ist das von Balea After Sun Dusche. Eigentlich dafür gedacht, um Chlor abzuwaschen, um Sonnencreme-Reste abzuwaschen, Salz von der Haut abzuwaschen. Und es kühlt dann noch nebenbei. Aber ich finde das auch im Winter eine wunderbare, wie soll ich sagen, Wahl. Weil der Duft einfach unbeschreiblich ist. Frisch nach Sommer, Meer, Sonnencreme, Urlaub. Und das landet immer wieder in meinen Warnköpfen. Dann habe ich hier ein Shampoo. Und zwar von Hella Nature. Das habe ich für meinen Mann gekauft. Und zwar ist das Hamptöl Schwung und Kraft. 25, ach, 87,5 Prozent der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Und das hat mich wirklich sehr, sehr angesprochen. Es handelt sich um Bio-Hamptöl. Und es riecht, naja, es riecht halt auch so. Natürlich. Typischer Naturkosmetikgeruch, würde ich mal sagen. Das habe ich für meinen Mann gekauft. Und ja, er war ganz zufrieden, hat es fleißig benutzt. Und ich denke mal, vielleicht werde ich es ihm nachkaufen. Ich muss nur noch fragen, ob ihm der Duft gefallen hat. Genau. Was immer wieder in meinen Warenkörbchen landet, das ist Balea Rasiergele. Die, also die nutze ich immer. Und ja, das ist hier Exotic Coco. Und es riecht auch richtig gut nach Coco. Aber da ist auch ein Frangipani-Duft mitunter gemischt. Da riecht man auch sehr, sehr gut raus. Mir gefällt der Duft sehr gut. Ist aktuell noch erhältlich. Bei Balea Rasiergele ist es so, dass sie immer mal wieder neue Düfte herausbringen. Und ja, kaufe ich mir immer wieder noch. Und hier ist eine Wespe. Dann habe ich hier aufgebraucht, beziehungsweise ich und meine Kinder, von Dr. Bronners eine Körperlotion, eine Biokörperlotion und zwar in der Duftrichtung Orange Lavendel. Ich sage euch, der Duft ist, weil ich ja so ein Lavendelfeld bin, ja man riecht beides sehr gut raus. Es hat einen leichten Naturkosmetikgeruch, aber es riecht wirklich sehr gut. Wer Lavendel mag, sollte es mal ausprobieren. Weil ich finde, es war auch wirklich sehr, sehr ergiebig. Allein durch die Vorrichtung Pumpspender. Und ja, das ist einfach eine ganz normale Körperlotion. Aber die Herstellung und so weiter, alles Bio und zertifiziert, Fairtrade und so weiter, finde ich sehr gut. Hat natürlich einen etwas höheren Preis, aber das lohnt wirklich, finde ich. Genau. Dann habe ich aufgebraucht nach Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon bei mir habe, aber ich habe es hinterher als Toiletten-Duft-Spray benutzt. Ja, weil man sich einfach an den Duft sattgeruchten hat, nach einer Weile. Und zwar ist das von Trepple Moon Soft Waterman Wayne. Und es riecht minzig, finde ich. Ist da Minze drin? Minze, Melone? Minze, Melone, Melone und dann Minze. Da ist noch ein Geruch noch mit drin. Am Anfang fand ich es wirklich sehr gut. Das ist übrigens ein Körperspray. Fand ich sehr gut, aber wie gesagt, an dem Duft riecht man sich einfach satt. Und von daher habe ich es hinterher nur auf dem Klo benutzt. Genau. Vespa. Das habe ich auch etwas länger bei mir. Ein Jahr oder zwei. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube ein Jahr. Valea Deodorant ohne Aluminium. In, ja, Duftrichtung Kokos, 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 ja, Kokos, Prangipani Duft. Genau wie Valea Deke auch Kokos, Prangipani. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube das gibt es auch nicht mehr. Das war eine LE. Und davon gab es auch ein Duschgel. Fand ich auch sehr gut. Hab beide aufgebraucht jetzt. Ja. Genau. Also da ist eine LE ist. Gibt es da eigentlich nichts mehr zu sagen. Mir hat es sehr, sehr gefallen. Von Ultrasun. Eine Aftersun Körperlotion würde ich sagen. Ja, Aftersun Gel. Genau. Ja, ich habe es aufgebraucht. Ich fand es nicht schlecht. Es ist sehr duftneutral. Riecht eher nach Pflege. Und, ja, das ist, sorgt einfach dafür, dass der von der Sonne erhitzte Körper nach dem Sonnenbaden zum Beispiel abgekühlt wird und sehr viel Feuchtigkeit bekommt. Und, genau, das ist aus, ist das aus Schweiz, ja, aus Schweiz, aus der Schweiz, aus der Schweiz. Switzerland. Genau. Also ich finde, das hat sehr gut gepflegt. Hat auch nicht gefettet. Also es zog sehr schnell ein. Und das hatte ich mal in einer Box drin. Ich fand es gut. Dann habe ich aufgebraucht von New Skin. Das hatte ich mir, glaube ich, vor ein Jahr oder anderthalb Jahren. Ich weiß es nicht mehr. True Faith Line Corrector nennt er sich. Das soll Linien und Falten reduzieren. Das ist ein, wie soll ich sagen, ja, mit so einem schmalen, wie nennt man das, mit einer schmalen Spitze. Da kommt also gut dosiert das Produkt raus. Ich habe es hauptsächlich für meine Stirn benutzt, weil ich da halt Falten habe. Und ich habe damit versucht, die Falten etwas zu reduzieren. Ich habe es eigentlich auch jeden Tag angewendet, muss ich sagen. Ja, man kann von einer Creme jetzt nicht erwarten, dass sie wunderbar bewirkt. Aber ich fand sie eigentlich ganz gut von der Pflege her. Aber ich würde sie mir jetzt nicht nachkaufen. Ich fand sie nicht schlecht. Vom Duft her auch sehr neutral. Eher ein pflegender Duft. Die hat auch doch richtig sehr gut nach Pflege. Aber sie hat auch sehr lange gehalten, muss ich sagen. Aber dafür, dass ich sie halt nur hier oben angewendet habe, ist das auch nachzuvollziehen. Ja, ich fand sie gut, aber ich würde sie mir nicht mehr nachkaufen. Und dann habe ich hier eine, wie nennt man das, Augenbrauen-Peel-off-Farbe. Also, ich weiß nicht, wie nennt man das, Peel-off-Brow-Tint, genau, von Catrice. Das war eine LE. Und ich fand sie gut, weil die Farbe einfach passte. Ich hatte schon mal dieses Tattoo-Brow von Maybelline, glaube ich, ausprobiert. Da habe ich auch eine kleine Review gemacht, verlinke ich euch hier irgendwo oben. Die Farbe passte nicht, die war zu rotstichig und hier passte die Farbe einfach. Leider ist es eine LE. Ich glaube nicht, dass sie das ins Standardsortiment reingenommen haben. Ja, man trägt sich einfach mit der Pipette die Farbe auf, die Augenbraue. Lässt es dann ein paar Minuten, 10 Minuten drauf einwirken. Und dann wird es getrocknet. Und dann kann man das so abziehen, wie eine Peel-off-Maske. Und es hat wirklich zwei, drei Tage gehalten, die Farbe. Gäbe es das noch, würde ich es mir nachkaufen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich hoffe, dass ihr euch beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Gut. Gut.